Hey und willkommen zu einer weiteren Folge von What a Golf. Wir haben das letzte Mal herausgefunden, dass wir nur noch sieben Folgen vor uns haben. Und das ist hier eine davon. Was, um was geht's hier? Musik oder so? Und warum fliegt der so in Zeitlupe? Naja, das machen wir jetzt noch schnell fertig. Okay, cool. Es geht wirklich um Musik. Oh. Alter, miau. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Aber die ersten Level sind eh immer sehr spaßig. Oh Gott. Ah, das oben können wir nicht. Och, schön. Und da ist ein... Bekommen bei einem Konzert. Willst du einen Witz hören? Gah. Was ist auf dem Baum und Wind? Gah. Ein Hoho. Hihi. Gah. Okay. Ja. Gut, darauf hätte ich auch kommen können. Du. Ach so. Ach so. Ach so. Hä? Hä? Du. 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 Du, du, du. Hä? Du, du, du. Aber das habe ich auch jetzt die ganze Zeit eingegeben. Verstehe das einer. Wetten, jetzt wird es noch schwieriger. Oh Gott, ob ich mir das merken kann. Du, du, du. Du, du und dann das hier. Ja, perfekt. Also, das war schon ein hartes Stück Arbeit gerade. Okay, jetzt bin ich nicht mehr mitgekommen. Das war... Was? Was, was, was? So. Okay. Ja. Ja. Achso, hä? Hä? So, und jetzt das da und dann nochmal das da und dann nochmal das da und dann nochmal das da. Okay. Das war jetzt doch nicht so schwer, wie ich dachte. Aber, ja. So Merksachen sind echt... Also, sind echt nicht so meins. Da bin ich echt... Warte mal. Kann ich denn? Hier? Nö. Schade. Ich dachte, ich dachte, ich kann da jetzt irgendwie... Äh... Gitarren... Was? Gitar Hero, oder was? Cool. Also, das ist wirklich richtig cool. Vor allem da hinten dann der noch mit seinem Pferdchen. Also, das könnte ich wirklich länger spielen. Das macht nämlich richtig fun. Hä? Und ich hab das Level schon geschafft. Oder wie? Krass. Oh, komm schon. Wie schnell soll man denn da sein? Ich muss im Beat sein. Oh, yeah. Nein. Ich war nicht richtig im Beat. Ich war nicht der Beat. Ich muss der Beat sein. Nicht im Beat sein. Also, ich muss der Beat sein. Hä? Ich hab doch schon rüber gelenkt. Okay. So. So. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Hä? Wie soll das denn funktionieren? So, wir schauen mal. Das ist nämlich Mikro-Timing oder so. Okay. Jetzt hab ich's geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Oh, jetzt gucken wir mal. Hä? Was zum Geier geht hier ab? Was? Was war das? Vor allem, das hatte mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Ja. Soll das jetzt wirklich eine komplette Folge gewesen sein? Ja, uns fehlt immer noch hier, das da. Ja gut, wir müssen noch den Computer zerstören oder besiegen. Aber das war jetzt... Wie schnell ging das denn jetzt vorbei? Naja. Naja. Dann ab gegen den Computer. Zugriff verweigert, aber... Oh. Ja, das weiß man ja nicht vorher. Ach, das ist wieder schön. Ach. So, dann einfach durch die... Durch die Mitte. Oder so. Wann machen wir mal ganz gerade? Nee. Das klappt natürlich nicht. Oh Gott. Okay, auch nicht. Okay. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Hier durch den Spalt oder so? Nein. Hier oder so? Ja, genau. Einfach dran. Vorbei. Dings rechts. Und dann warten wir, bis das Herz zu mir kommt, oder was? Ja. Äh. So? Nee. Aber das ist... So ungefähr geht das doch, oder? Warte mal. Das ist immer noch gedreht, aber... Nee. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so? Nein. Oder? Doch. So. Genau so. Ja, oder so. Oh Gott. Bis bald. Oh. Der Ball fliegt einfach in die andere Richtung. Ja gut. Dann haben wir dich jetzt auch. Schön. Und so langsam wird hier alles zerstü... Das habt ihr ja gerade auch... ...gesehen. Was ist denn mit dem Ball los? Hier muss ich doch irgendwo auch einen Weg durchgeben, oder? Irgendwie von unten. Oder irgendwie alles abbrennen. Wie kommt man an diese... ...Kiste ran? Vielleicht mit dem Hot Talk? Äh, ich meine mit dem... ...mit dem Burger? Nee. Hä? Ich habe keine Ahnung. Muss ich ja jetzt schon wieder googeln. Vielleicht von unten. Oder langsam. Ganz, ganz langsam. Dass man so durchtunnelt, oder so. Ach, deswegen sind wir ja wahrscheinlich auch ein großer Ball geworden. Hä? Hä? Wie soll man da rankommen? Gibt's da irgendwie einen Trick, oder so? Ah. Hä? Was muss ich denn tun? Jetzt wird das ja richtig abgespaced. Okay. Na, gehen wir doch einfach zu diesem Level. Ach. Hä? Ganz einfach hier? Ja. Was soll da die Herausforderung sein? Ah, jetzt bewegen die sich. Immer noch der in der Mitte. Ganz einfach. Jetzt bewegen sie sich aber richtig heftig, oder? Ich glaube hier, oder? Oder da? Nein, da. Nirgendwo? Hä? Wo ist die Flagge hin? Ach, die ist... Hä? Wann ist die da hinten hin? Ich guck mal. Taucht die da jetzt auf? Nee, die ist jetzt noch nicht da. Warte. Das ist doch ein Trick, oder? Da ist sie jetzt. Ja, ich wusste es. So, jetzt ist nämlich die Flagge da. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Dann machen wir hier noch das. Mhm. Ich glaube in der Mitte. Ja. Ganz einfach. Das war jetzt keine Herausforderung für mich. Was gibt's jetzt? Drei Flaggen? Ja, hier, oder? Die richtige Flagge. Das ist doch ganz einfach. Okay. So, und ist das jetzt einfach nur... Eine Veräppelung? Ich glaube. Ja, muss ja. Sonst könnte ich da ja was machen. Und hier an die Kiste komme ich auch nicht ran. Vielleicht ist da irgendwo ein geimer Schacht. Nee. Ja, dann machen wir doch einfach die Tür hier auf. Äh. Ja, gut. Dann, äh. Och Gott, hier ist auch ein riesen Unfall. Dann würde ich mal sagen... War's das aber mit dieser Folge, oder? Die ist jetzt zwar etwas kurz, aber... Das verstehe ich nicht. Und wie man da rankommt, verstehe ich auch nicht. Vielleicht mit dem Stuhl. Ich weiß es nicht. Würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Haut rein. Habt noch einen schönen Abend. Wahrscheinlich ist das eine Trollkiste. Die gibt's gar nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich kann's... Ich kann's... Nee, ich kann's nicht einschätzen. Gut. Jetzt aber, wie gesagt, haut rein. Noch einen schönen Abend. Ja. Herr, wie soll ich die Trollkiste... Wie soll man sein? Ja. Ich kann's nicht einschätzen. Ich kann's nicht einschätzen. Ich kann's nicht einschätzen. Ich kann's nicht einschätzen. Vielen Dank.